Das Gute beim Selberkochen von den roten Rüben ist, man hat viele Möglichkeiten. Man kann es roh verarbeiten oder gegart. Ich liebe es, wenn man die rote Rüben im Ofen gart, auf Salz legen, ca. 90 Minuten im Ofen, komplett vollgelegt, dann kriegt es einen richtig guten, schönen Geschmack. Das Salz könnt ihr 5-10 Mal verwenden. Eine Alternative, gekochte rote Rüben. Rüben sollen immer frisch gemacht werden, frisch gekocht oder im Ofen. Schmeckt besser. Wenn man mit roten Rüben arbeitet, am besten mit Handschuhen ein bisschen abtupfen und danach kann man es schon schneiden. Kommt rein. Untertitelung des ZDF, 2020